Vögel Mitteleuropas, eine Auswahl mit ihren Stimmen und auch als Quiz nutzbar. Teil 3 Wasservögel an Küste und See von Dr. Hans-Jürgen Alexi Zum Prolog. Auch unsere Vögel sind ein Stück Heimat für Deutschland und Mitteleuropa. Sie geben uns Freude und sind uns Auftrag. Denn je mehr man kennt, desto mehr sieht man auch. Und je mehr man sieht, desto mehr liebt man auch. Je mehr man liebt, desto mehr schützt man. Man kann die Vögel Mitteleuropas in ihren Bildern und Stimmen auch einfach so genießen. Man kann den Vorteil aber auch als Quiz benutzen, zum Testen und zur Erweiterung des eigenen Wissens. Zunächst werden immer die Vogelbilder gezeigt und nach zwei Sekunden ertönt automatisch, ohne weiteres Anklicken, ihre Stimme, ihr Ruf oder Gesang. Dann kann eine kurze Zeit des Nachdenkens oder Rätselratens folgen. Und nach weiteren drei bis fünf Sekunden erfolgt wieder, ohne erneutes Anklicken, der Name des Vogels in Einblendung und kurz angesprochen. Viel Spaß dabei für die Jüngeren, aber auch für die Älteren. Dr. Hans-Jürgen Alexi Ich habe den gesamten Vortrag gegliedert in verschiedene Abschnitte, damit er etwas übersichtlicher wird. Und zwar in die Teile Haus, Garten, Kulturfolger mit zwei Abschnitten, sowie Feld, Wald und Wiese mit zwei Teilen, und dann die Wasservögel an Küste und See und unsere Greifvögel und Eulen. Das Inhaltsverzeichnis des dritten Teiles der Vögel Mitteleuropas betrifft Wasservögel, Küste und See und soll erneut dienen der Dokumentation und dem Nachschlagen. Es ist weitgehend alphabetisch aufgelistet, beginnend bei Austernfischer und Blessun und endet mit Stockend und Tafelende. Zusammengehörende Arten werden auch zusammengehörend gelistet. Der Austernfischer ist ein Charaktervogel unserer Küsten und läuft trippelnd kurze Strecken immer wieder am Strand entlang, um abhängig von der Tide kleine Tiere, Insekten und insbesondere Muscheln zu suchen und aufzunehmen. Der Austernfischer macht durch laute Rufe auf sich aufmerksam und warnt damit auch andere Tiere vor Gefahren und Störungen. Er kann gut fliegen und sogar kurze Strecken tauchen. Jeder kennt sie, unsere Blesshühner, also mittelgroße Wasserhühner aus der Familie der Rallen, die an sehr vielen unserer Seen und Teiche vorkommen und versteckt im Schilf- und Röhrichtleben aber durch ihre lauten Rufe auf sich aufmerksam machen. Durch diese Schwimmlappen zwischen den Zehen werden die Blesshühner zu den Lappentauchern gezählt. Diese Schwimmlappen erleichtern ihnen sehr das Schwimmen und das Tauchen und damit das Aufsuchen von tierischer und pflanzlicher Nahrung. Die Küken der Blesshühner sehen wie kleine Punks aus und sind ganz anders farbig gefärbt im Vergleich zu den Eltern, als wenn es die Kinder einer ganz anderen Art wären. Das Nest ist ein umfangreicher Bau aus Pflanzenmaterial und meist in Ufernähe gelegen. Es wird von beiden Elternteilen gebaut. Blesshühner sind zänkische kleine Hektiker, bei denen ständig ein Streit an den Reviergrenzen zu beobachten ist. Das Teichhuhn oder die Teichralle, eben aus der Familie der Rallen, Galinumna chloropus, also eigentlich das grünfüßige Hühnchen, ist eine relativ häufig vorkommende und etwas versteckt lebende kleine Wasserhuhnart aus den Uferbereichen und Flachwasserzonen unserer Teiche und Seen. Sein Bestand ist allerdings in Deutschland in den letzten Jahren etwas zurückgegangen, obwohl es sich vielerorts an den Menschen gewöhnt hat. Die Nester der Teichhühner liegen meist gut versteckt in der Ufervegetation und werden häufig noch mit grünem Pflanzenmaterial zum Schutz vor Nesträubern getarnt. Für die Jungen werden später sogar Schlafnester errichtet. Die frisch geschlüpften Jungen der Teichhühner, die sogenannten Dunenjungen, sehen aus wie kleine Gespenster einer ganz anderen Art. Sie bleiben zwar noch wenige Tage im Nest, sie sind aber bereits ab dem ersten Lebenstag schwimmfähig und tauchen bereits ab ihrem fünften Tag. Die bizarr gefärbten Jungen der Teichhühner werden fürsorglich geführt und versorgt. Unser europäischer Eisvogel ist die einzige Art aus der weltweit vorkommenden Gattung der Eisvögel, die bei uns vorkommt. Wir nennen ihn auch wegen seiner herrlichen Farben den fliegenden Edelstein. Die Geschlechter kann man unterscheiden. Das Männchen hat einen schwarzen Ober- und Unterschnabel, der an der Unterseite leicht aufgehellt sein kann. Das Weibchen, so wie hier im Bild, hat einen orangefarbenen Unterschnabel. Hieran kann man es erkennen. Diese Mahlzeit ist für ihn selbstbestimmt. Kopf voran, kann der Fisch gut geschluckt werden. Andersherum würden sich die Schuppen des Fisches in seinem Schlund verhaken. Wenn er also dem Weibchen oder den Jungen Fische bringt, so ist es genau andersherum, dass der Kopf des Fisches nach vorne zeigt. Der Eisvogel ist ein geschickter Stoßtaucher, um große Wasserinsekten, Kaulquappen oder eben kleine Fische bis zu 9 cm Länge zu erbeuten. Bei diesen Kräften schützt er seine Augen in dem Moment, wo er das Wasser erreicht, durch das Vorklappen der Nickhaut. Der Eisvogel ist ein guter Flieger und kann im Schwebeflug verharren und sogar aus diesem heraus ins Wasser eintauchen. Der Bestand der Eisvögel schwankt sehr. Sie benötigen naturnahe und saubere Gewässer. Sie werden nur 3 bis 5 Jahre alt und leider in den harten Wintern benötigen sie weiter klares und nicht zugefrorenes Wasser. Dann sterben häufig viele der Eisvögel. Unsere Graugänse ist die häufigste Art der sogenannten Feldgänse in Europa. Sie ist die zweitgrößte Gans bei uns nach der Kanadagans. Graugänse sind sehr wachsam. Ein Elternteil passt immer auf und hat den Kopf oben und wacht am Nest oder bei den Jungen. Graugänse sind sehr aktiv im Rufen und warnen alle anderen in der Umgebung bei Störungen oder Gefahr. Graugänse haben nur ein Gelege pro Jahr mit 4 bis 6 Jungen selten mal bis zu 12 Jungen. Die Graugans wurde in Europa domestiziert und die wilden Graugänse sind die Vorfahren unserer Hausgänse. Die Niedelgans war ursprünglich in ganz Afrika beheimatet und hat sich in den letzten Jahrzehnten von Holland kommend in großen Teilen Europas durchgesetzt. Sie ist ein Neubürger der flexibel ist in seinen Habitatsansprüchen aber auch sehr aggressiv in seinen Revieransprüchen gegenüber anderen Wasservögeln. Daher werden sogar bereits Maßnahmen der Begrenzung erwogen. Niedelgänse sind etwas kleiner als Graugänse und zeichnen sich durch ihr buntes Gefieder und den dunklen Augenfleck aus. In Städten gab es sogar schon Probleme weil Niedelgänse in manchen Fällen Liegewiesen und Radwege als zu ihrem Territorium gehörend betrachteten und menschliche Besucher darauf attackierten. Niedelgänse pflegen wie andere Gänse auch ein Balzritual. Wegen ihrer schönen farbigen Gefiederfärbung wurden sie bereits in der Antike bei Griechen und Römern als Ziervögel gehalten. In ihrer eigentlichen Heimat in Afrika sind ihre Vorkommen inzwischen regional unterschiedlich verteilt und hängen vom Wetter, von der Feuchtigkeit und von der Nahrung ab. Unsere schön gefärbten Haubentaucher kommen an vielen größeren Gewässern besonders fischreichen Gewässern vor. Sie haben Schwimmlappen an den Füßen und gehören daher zu den sogenannten Lappentauchern, deren häufigste Art sie sind. Sie bauen mehrere Balzplattformen und eben wie hier im Bild große, flache Nester, die sowohl an Wasserpflanzen verankert sind als auch reine Schwimmnester sind und nur knapp über die Wasseroberfläche ragen. Haubentaucher haben sich perfekt an das Leben im Wasser angepasst. Sie schlafen nachts sogar auf dem Wasser und sind damit gut geschützt. Sie sind gute Fischjäger und unternehmen Tauchgänge bis zu einer Minute Länge und bis zu einer Tiefe von 4 bis 20 Metern. Dabei jagen sie kleine bis mittelgroße Weißfische und andere kleine Tiere. Die Haubentaucher zeigen über mehrere Monate bis zum Beginn der Brutzeit eine tolle Balz mit ritualisierten mehrfachen Schritten. Die Geschlechter sind nur in Kleinigkeiten zu unterscheiden. Die Balz kann auf der freien Wasseroberfläche gut beobachtet werden. In einer bestimmten Phase der Balz der Haubentaucher kommt es zum sogenannten Pinguintanz. Nach der vorhergehenden Phase des Kopfschüttelns im vorigen Bild tauchen hierbei die beiden Taucher voreinander auf, richten sich senkrecht auf und treten mit den Füßen, sodass sie wie Pinguine wirken. Dabei erfolgt weiterhin auch Kopfschütteln und beide Geschlechter präsentieren Pflanzenmaterial als Geschenke. Unser kleiner, flinker Zwergtaucher ist im Prachtkleid schön gefärbt. Im Winter im Schichtkleid ist er unauffällig. Durch seine trillernden Rufe werden im Frühjahr und Sommer leichter auf ihn aufmerksam, sonst lebte er ziemlich versteckt. Dieses Video eines Zwergtauchers in Tokio ist leider ohne Ton. Es zeigt aber doch, seine Geschicklichkeit im schnellen Abtauchen und Auftauchen. Er ist ein exzellenter Fischjäger und pickt auch, wie hier gezeigt, Insekten von der Wasseroberfläche auf. Die Nester von Zwergtauchern werden wie bei anderen Lappentauchern auch aus Pflanzenmaterial angefertigt und liegen meistens in der Nähe des Gewässerrandes. Die Gelege bestehen aus vier bis sechs Eiern. Sie sind gefährdet durch Prädatoren wie Aaskrähe, Möwen und Rohrweien. Sie werden von den Eltern aber gut bewacht. Da ist er, der Kormoran, das Hassobjekt der Fischer und Angler. Er war in Europa durch vielfältige Maßnahmen als Nahrungskonkurrent des Menschen fast ausgerottet, wird auch jetzt noch verfolgt. Er erholt sich regional oder in Schutzgebieten aber. Tatsächlich fängt und frisst er jeden Tag etwa 500 bis 700 Gramm Fisch. Er paddelt unter Wasser mit seinen Füßen und packt die Fische mit seinem Haken Schnabel. Er liegt tief im Wasser wie ein Schlangenhalsvogel. Das Gefieder der Kormorane nimmt aufgrund seiner Struktur Wasser auf. Das ist unter Wasser günstig, weil es den Auftrieb vermindert und die Jagd erleichtert. An der Luft allerdings muss er die Flügel erst lange trocknen, bis sie wieder benutzt werden können. Der Name stammt übrigens aus dem Lateinischen von Corvus Marinos, also von Meerrabe. Der Mensch macht sich ihre Fähigkeiten im Jagen von Fischen zu Nutze in Japan, in China und ganz früher auch auf dem Balkan bei uns. Das sind zahme oder von Hand aufgezogene Vögel aus Zuchten, die gelernt haben, für den Menschen Fische zu fangen. Damit sie diese nicht verschlucken, bekommen sie einen Halsring umgelegt und werden mit kleinen Weißfischen belohnt. Die Kriegente ist eine der beiden kleinen Moorenten neben unserer Knäkente. Die Männchen der Kriegente sind hübsch gefärbt, die Weibchen schlichter. Sie besorgen auch den größten Teil des Brutgeschäftes. Die Kriegente ist auch ein Vogel, der seinen Namen ruft. Der Ruf der Männchen klingt wie Krick oder Kreck. Die Lachmöwe ist eine unserer häufigen Möwenarten und blütet eben auch an kleinen Seen oder Teilchen auch Lachen genannt. Das Bild zeigt einen Vogel im Brutkleid mit der braun-schwarzen Kopffärbung und der Rotfärbung des gesamten Schnabels. Im Winter zeigt die Lachmöwe ein Schlichtkleid, in dem die dunkle Kopffärbung reduziert ist bis auf einen dunklen Fleck hinter dem Auge. Außerdem ist die Schnabelspitze etwas schwärzlich gefärbt. Die Lachmöwe brütet in kleinen bis mittelgroßen und zum Teil sehr lärmenden Kolonien. Der Bestand ist etwas rückläufig, aber zur Zeit nicht gefährdet. Bei unseren Höckerschwinen Zygnus Olua sind die Geschlechter wenig unterschieden. Allerdings sind die Männchen etwas größer und stärker und der namensgebende schwarze Höcker am Schnabel Grund, an der Schnabelwurzel ist bei den Männchen besonders zur Brutzeit stark ausgeprägt. Im folgenden mal nicht die Stimmen der Tiere, sondern ihr schönes singendes Fluggeräusch der großen Schwingen. Höckerschwine sind große und prächtige Vögel. Die Weibchen wiegen bis 10 kg, Männchen können bis 14 kg wiegen und sind damit an der Grenze zur Flugfähigkeit. Jeder Start braucht einen langen Anlauf. Die Paare der Höckerschwine gehen eine Bindung auf Lebenszeit ein und erneuern im Frühjahr vor der Brutzeit durch ein Balzritual ihre Partnerbindung. Die Nester von Schwänen sind Bodennester und häufig am Rand von Gewässern versteckt angelegt. Sie sind daher gefährdet durch Boden Feinde, aber Schwäne selber verteidigen die Nester und sind wehrhafte Vögel. Von Hans Christian Andersen kennen wir das hässliche Entlein und wissen aus diesen schlichten graubraunen dunen Jungen der Schwäne wird dann ein stolzer Schwan aber erst im zweiten Jahr mit dem schönen weißen Gefieder. Noch einmal das singende Fluggeräusch dieser großen Schwingen Auch wenn bei Schwänen die Anlauf und Startphase langsam und mühsam wirkt so ist auch das Flugbild bei unseren Höckerschwänen schön kraftvoll und dynamisch. Das ist ein Notfall für helfende Menschen Hände denn nachts kommt hier der Fuchs vorbei. Die Reierente ist erst seit etwa 300 Jahren bei uns und kommt aus dem Norden und Osten. Sie ist ein unserer Tauchenten sie taucht mit elegantem Schwung nach vorne ab und bleibt etwa 15 Sekunden unter Wasser. Beide Geschlechter bestechen bei der Reierente durch ihre goldenen Augen. Bei den Männchen bilden die Kopffedern einen reierartigen Schopf und beim Weibchen eine kurze Tolle. Das Weibchen ist insgesamt schlichter gefärbt und damit bei der Brot besser geschützt. Die Stockente Anas Platyrynchos ist die größte und auch die am häufigsten vorkommende Schwimmente Europas. Sie ist die Stammform für unsere Hausente. Die Männchen sind mit dem metallisch glänzenden Kopf unverwechselbar, die Weibchen sind etwas schwächer gefärbt. Die Stockente wurde früher Märzente genannt, weil in diesem Monat ihre Brutzeit lag. Der Name Stockente, der heute gebräuchlich ist, kommt daher, dass ihre Nester ihre Brutplätze häufig auf Weiden sich befanden, die auf den Stock gesetzt wurden oder auf Reisighaufen. Dieses Männchen der Stockente zeigt auf dem schönen Flugbild besonders deutlich den Flügelspiegel. Der Flügelspiegel ist ein farbig besonders abgesetzter Bereich an den Armschwingen eines Vogels auf der Oberseite der Flügel, der besonders im Flug zu sehen ist und viel weniger im Sitzen oder im Stehen. Er wirkt wie eine Fahne und kann zur Artunterscheidung herangezogen werden. Die Tafelente ist eine weitere Tauchente die bei uns vorkommt aber im Bestand rückläufig ist. Sie bedarf unserer Schutzmaßnahmen. Die Weibchen sind deutlich unscheinbarer gefärbt und schwer zu unterscheiden. Zum Schluss Hinweise auf die Herkunft der Bilder, der Audiodateien und der Videos. Ich wünsche Ihnen, dass Sie Freude an den Bildern hatten und einen Gewinn von den Texten. Vielleicht konnten Sie Ihr Wissen über die Vögel Mitteleuropas etwas vertiefen. Dr. Hans-Jürgen Alexi Ich verweise auf die übrigen fünf Teile.